Das Klick, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, begleitet Sie jetzt durch die neue Frühlings-Mode-Kollektion in Ihrem GOB-Warenhaus. Klick hat es aber auch unzählige Mal gemacht bei den Aufnahmen für das neue GOB-Mode-Journal und wir haben dem Foteteam bei diesen Aufnahmen in Spanien ein bisschen zugeschaut. Aufnahmen Aufnahmen Der Frühling verspricht allen Mann bunt und fröhlich zu werden. Und wenn Sie die neue Mode nicht nur als Fototraume leben möchten, dann sollten Sie jetzt schleunigsten Besuch machen im nächsten GOB-Warenhaus. Dort findet übrigens wieder ein spannender Wettbewerb und eine grosse Verlosung statt. Und mit den Preisen können Sie gerade auch Ihre eigene Modenschau fotografieren. Es gibt Canon-Spiegelreflexkameras, Canon-Kompaktkameras, Fotofototaschen, verschiedene Filme und so weiter. Also, viel Glück! Modeaufnahmen in Spanien Eier, Eier, Spannische Hartöpfel-Armeletten finden Sie in der GOB-Zeitung dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext, Seite 270. Eier, Gute! Zum Anfang die aktuellen Preisschläger. In allen GOB-To-it-yourself-Läden gibt es den Rasenteppich aus 100% Polypropylen für 15.90 Franken per Quadratmeter. Ein Bund an 10 Stück Tulpen für nur 4.50 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOB Vialone Risotto-Reis statt 2 Franken nur 1.60 Franken. Uncle Ben's Reis statt 3.50 Franken nur 2.95 Franken. Midi Cornichon statt 2.45 Franken nur 2 Franken. Zwei Tuben Tommysenf statt 3.30 Franken nur 2.50 Franken. Zwei Tuben Tommymayonnaise statt 5 Franken nur 3.90 Franken. Saint-Polin Suisse 100 Gramm für nur 1 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Banane per Kilo nur 1.80 Franken. Auf Wiedersehen!